Wo ist jetzt der Drache hin? Ah, da! Da vorne ist der Drache! Warte, Drache! So! Ah, die kannst du behalten. Den Rest, das hole ich mir nachher später. Jetzt müssen wir eigentlich noch auf diesen Berg stratzen. So, wir bekommen jetzt die Drachenseele. Ich weiß, ich habe ihn ziemlich unheldenhaft erlegt. Drachenseele aufgenommen. Jetzt auf den Hügel drauf und dann erlernen wir einen neuen Schrei. Ha! Ja, haben wir diesen Drachen also doch noch tot gekriegt in dieser Folge. Wenn auch auf nicht ganz so, wie gesagt, heldenhafte Art. Aber ich bin ein Freund der Natur. Sie jetzt kein Freund mehr von mir. Das hat man gesehen. Besonders jetzt der Elefant, der sagt sich, Alter, dich habe ich gefressen, Junge. Dich mache ich alle. Hm. Wie kommen wir jetzt hoch? Gehen wir einfach stückweise. Alter, was ist das für eine Aussicht? Jedes Mal aufs Neue. Geil. So. Irgendwo muss das hier doch... Das sieht geil aus, oder? Ein wenig, äh... Wie von Menschenhand gefertigt. Hä? Irgendwo muss das hier doch hochgehen. Schürfen. Auch hier ein... Ja, schürfen wir eine Runde. Läuft bei uns. Damit können wir dann, glaube ich, Zwergenrüstung machen. Hm. 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 Irgendwo ging es hier doch hoch. War doch der Hügel, oder? Wir sind von... Ja, da oben. Wir müssen von der anderen Seite kommen. Wollen wir gerade sagen. Hier geht es doch irgendwo lang. Hm. So. Hier sind wir vorhin hochgestürzt vor Schiss. Genau hier. Kann ich sagen. Hier ging es hoch. Vielleicht kann man da oben ja eine Runde nächtigen. Habe ich... ... ... ... ... ... ... Wir haben Lernen ein neues Wort. Boah, der macht gelernt. Frost. Frustatmen. Sehr gut. Dann gucken wir mal gleich bei Schreie. Frostatmen. Erlernen. Seele benutzen. Geht doch. Frost. Testen wir den gleich mal. Ach, ich komme immer auf dieses Dings. Mensch. So. Wie nice. Wir warten mal, bis es abgeklungen ist und testen mal, ob wir es gleich nochmal hinkriegen. Weil das wäre natürlich super cool. Ein Name Fist. Zauberbuch Heldenmut. Schloss knackens. Kaiserlicher Helm. Minus zwei. Den kannst du behalten. Offenbar scheint auch jedes Mal was anderes drin zu sein. So. Wir sind, müssten trotzdem immer noch weiter in diese Richtung. Ja. Anscheinend können wir das jedes Mal machen, wenn der Zauber abgeklungen ist. Da ging es abwärts. So. Wir steigen skilderhaft in den Berg runter. Ich hoffe, dass uns hier nichts begegnet. Wir gehen trotzdem mal auf die Schwerte klingen. Das gegenwärtig. Kein Zauber auf. Doch, ein bisschen Aufladung hat es noch. Und von diesen Wurzeln, glaube ich, kriegen wir... Irgendwas hat uns doch Paralyse-Schaden verpasst. Bleiben wir mal außer Reichweite der Mammuts. Hm. Wollt's auch nicht. Die beiden wurden geglättet von dem Mammut. Es war quasi unser Feind, aber auch irgendwie trotzdem unser Freund. Na gut, es war eigentlich so nach dem Worte, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Bla, bla, bla. Die Wölfe wollten mich glätten. Er wollte mich glätten. Da dachte ich, niemals, den kriegt ihr nicht. Der hier gehört mir. Den kauf ich mir. Und wir haben einen Weg gefunden. Yeah. Läuft doch. Die Räder am Bus drehen sich rundherum. Der Drache ist besiegt. Juhu. Ich habe einen neuen Atem gelernt. Er heißt Frostatum. Ein Fuchs. Uh, er schneit. Es schneit doll. Hm. Was ist denn noch mal von diesen Wurzeln? Ich muss jetzt kurz mal in diesem Fuchs testen. Da wäre ein neues Gebiet oder noch. Was sind das für Ranken? Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wofür ich die benutzen muss. So. Oh, es schneit. Es ist Februar und es schneit. Eigentlich sehr schön. Eigentlich sehr schön. So. Naja, diese Aufnahme-Session ist wieder ein wenig spannend, aber auch nicht ganz so doll. Hallo, Bergtiger. Weil ich andauernd vor echt vielen Sachen weglaufe. Gut. Halt. Wir haben doch immer noch den Stahl. Waffen. Hier, hier, hier. Den. Oder nicht. Ach, nicht den Favoriten. Du klopst, du. In, ach nicht, in Bekleidung. Du. Boah, ich bin aber auch im Klopps. Bekleidung. Zwergenstiefel. Stahlschild. Wieso habe ich da schon wieder eine Drache? Vergiss es. Diesmal nicht. Ein Ort. Stelle von Wilhelm entdeckt. Neun. Seid ihr nicht besorgt wegen der Drachen? Da hat er recht. Bis dahin lebe ich mein Leben so, wie ich es will. Finde ich gut, finde ich gut. Ich mag seine Einstellung. Ihr könnt es kaufen, wenn ihr das nötige Geld habt. Was willst du denn haben? Hm, hier ist mein Angebot. Tausend Goldstücke. Äh. Das ist euer bestes Angebot? Na schön. Es ist die mit dem Sattel. Nice. Manchmal macht ein schnelles Ross den Unterschied zwischen Leben und Tod aus. Das Pferd von Sock den Wahnsinnigen. So. Ah ja. Das gefällt mir doch. Wir haben ein Ross. Wie sollten wir dieses Ross nennen? Bis dahin würde ich mal sagen, nennen wir es erstmal Elfriede. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020